Moin Moin zusammen, Frank Fischer, FF Fotoschule, Samstag 14.30 Uhr, Bildbesprechungsfolge Nummer 51. Folge 51 Ich sitze ich wieder alleine hier im Homeoffice und nehme euch die Folge 51 auf. Wir haben wahnsinnig viele Fotoszusendungen bekommen in den letzten Wochen. Der YouTube-Kanal ist wirklich richtig geil durch die Decke gegangen. Vielen Dank an alle da draußen. Herzlich willkommen alle neuen Abonnenten. Ja, und ich freue mich, dass ihr weiter Bilder schickt und wir die besprechen können. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt mit den fünf von heute. Ich sehe es hier in der Vorschau am Mac schon. Wir haben heute zwei relativ ähnliche Landschaftsfotos im Programm. Das sind die beiden ersten Fotos, die heute besprochen werden. Das erste, was ihr jetzt seht, ist von Andreas Göll. Ja, Andreas, wir sehen einen See hier mit so ein bisschen Vordergrund, Steine und Gras, Schilf, Zeugs. Dann den See im Mittelgrund mit einer sehr schönen Spiegelung und im Hintergrund Bäume und dann hinten einen sehr rötlichen Himmel. Was mir persönlich sofort auffällt, ist, dass die Farben vollkommen unnatürlich wirken. Das muss nicht schlecht sein, um das gleich dazu zu sagen. Ich bin jemand, der ständig Farben in seinen Fotos verschiebt und umbearbeitet. Dieses Rot ist mir persönlich ein kleines bisschen zu heftig. Also das ist mir zu unnatürlich und zu offensichtlich irgendwie nachträglich gemacht. Das finde ich ein kleines wenig schade. Das würde ich mir ein bisschen dezenter wünschen. Dann ist es so, dass das ja offensichtlich irgendwie ein See in einem Ausflugsgebiet oder sowas ist. Also ein Parksee. Das ist ja nicht natürlich, sondern es ist künstlich angelegt. Das ist jetzt wahrscheinlich fast jedem klar, der hier vorne diese sehr ordentlich hingelegten Steine sieht. So liegen Steine nicht an natürlichen Seen rum. Außerdem erahnen wir im Hintergrund so einen Badesteg. Und ich sehe auch noch ein Volleyballnetz auf einer Wiese. Und alles das in Kombination sagt mir, dass es eben künstlich angelegter See ist. Das kann man trotzdem fotografieren. Keine Frage. Aber es ist mir einfach zu quietschig. Die Kontraste finde ich sehr schön. Die Bildaufteilung im Übrigen auch. Das ist hier unten schön geschnitten. An guten Stellen. Abgesehen mal von diesem grünen Blatt, was da unten hier ziemlich links am Bildrand reinragt, ist der Rest mit den Steinen sehr gut angeschnitten. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und ich finde die Spiegelung wirklich mega. Das kann man nicht anders sagen. Die gefällt mir irre gut. Jetzt gibt es das kleine Aber an der ganzen Geschichte. Und das wollt ihr ja auch immer hören. Die Farbbearbeitung des Himmels ist leider etwas unsauber passiert. Wir haben im Himmel, da wo die Bäume sind, sieht man ganz deutlich, dass es nicht ordentlich ausmaskiert ist. Beziehungsweise nicht ordentlich freigestellt. Oder wie auch immer du, mit welcher Technik du das gemacht hast. In jedem Fall, da scheint der Himmel heller durch. Und wir sehen witzigerweise ja auch in der Spiegelung, wie der Himmel in Wahrheit ausgesehen hat. Und das ist ein großer Nachteil. Du hast das zwar schon auch ein bisschen angeglichen. Ich sehe das. Oder aber das in der Spiegelung ist genau das Natürliche. Und es war so ein bisschen rötlich. Und oben hast du dann einfach den Farbkanal voll aufgedreht. Wie auch immer, die Farben in der Spiegelung gefallen mir viel besser. Weil die Komplementärfarbe aus Blau und dem Orange, die Kombination ist megamäßig gut geeignet zum Fotografieren. Und das wäre schön, das würde man sehen. Ich weiß, du hast dich absolut auf den Vordergrund konzentriert. Jetzt bemängele ich, dass wir das Blau im Himmel nicht sehen. Hättest du es andersrum gemacht, hätte ich gesagt, das Bild wirkt platt. Das ist mir schon alles klar. Aber du würdest den Vordergrund ja trotzdem mit reinnehmen können, wenn du einfach drei Schritte zurückgegangen wärst, soweit das möglich gewesen wäre. Und dann weitwinklig trotzdem ein kleines bisschen mehr nach oben schwenken. Dann hättest du trotzdem Vordergrund, aber gleichzeitig auch den blauen Himmel in Kombination mit dem leicht rosanen, rötlichen Himmel. Und das hätte ich einfach deutlich besser gefunden. So, ich habe es ja eben schon angedeutet, dass wir ein weiteres Landschaftsfoto haben, was so ein ähnliches Motiv zeigt. Dieses hier ist von Markus Sledge. Das ist jetzt schwarz-weiß. Das ist vollkommen der Gegenteil von den quietschigen Farben von eben. Ja, was diesem Foto so auf den ersten Blick ein bisschen fehlt, ist der Vordergrund. Das würde zumindest der eine oder andere denken. Jetzt kommt das Aber. Dadurch, dass man durch das Wasser durchgucken kann und die Struktur des Sandes unterhalb der Wasseroberfläche sieht, ist der Vordergrund meiner Meinung nach gut vorhanden. Es ist eine gute Möglichkeit in diesem Fall, den Horizont da oben zu platzieren. Das ist von der Bildaufteilung dem Bild von Andreas Girl sehr, sehr ähnlich, finde ich. Sehr, sehr ähnlich. Beiden ist ein guter Vordergrund. Der Andreas hat es gelöst, indem er mit der Kamera runtergegangen ist. Und der Markus hier hat es gelöst, indem er die Kamera nach unten geschwenkt hat. Zwei adäquate Möglichkeiten, Vordergrund ins Bild zu bringen. Das ist ja ein Foto, was aus dem Herbst- oder beziehungsweise aus dem Winterhalbjahr ist. Die Bäume haben keine Blätter. Das scheint mir auch ein klein bisschen länger belichtet zu sein als mit einer 250. oder so was. Weil ich erahne, dass die Bäume leicht unscharf sind aufgrund des Windes. Obwohl das Wasser gar nicht nach Wind aussieht. Und das sorgt erst recht dafür, dass ich glaube, dass die Berichtungszeit einen Tacken länger war. Ich finde die Aufteilung von Vordermittel und Hintergrund sehr schön. Ich finde die Schwarz-Weiß-Ausarbeitung ganz, ganz toll. Ich mag ja diese harten Kontraste und die stark rausgearbeiteten Strukturen, die du hier höchstwahrscheinlich mit dem Klarheitsregler da an den Bäumen hervorgebracht hast oder über ein kräftiges Nachschärfen. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist die Aufteilung von rechts nach links. Also der markante Baum ist mitten in der Mitte. Dann haben wir hier so ein Stück, was ist das, Zaun oder irgendwas, was so eine harte Abgrenzung schafft und auch so einen ganz, ganz doofen schwarzen Klotz in der Spiegelung. Das finde ich sehr schade, dass das auf dem Bild drauf ist. Warum hast du nicht einfach ein kleines bisschen weiter nach links geschwenkt? Dann würde der Baum nicht so mittig stehen. Dieser große und alte Baum, der jetzt in der Mitte ist. Wir würden automatisch dieses Zaunstück gar nicht mehr im Bild haben und hätten ein bisschen offene Seite nach links. Wäre es wahrscheinlich besser geworden, außer da steht sonst was im Bild. Dann geht das natürlich nicht, ist schon klar. Bild Nummer 3 für heute ist von Markus Weranek. Markus hat hier heute einen, ich vermute mal, Laubfrosch eingesandt. Ein Bild, was so ein kleines bisschen in Richtung schon fast Makro geht. So wahnsinnig groß sind diese Frösche nicht. Ich bin überhaupt nicht der Tieransitz- und Geduldsfotograf. Das wissen die meisten, die mich persönlich kennen. Das ist nicht so meine Art der Fotografie, weil ich einfach, mir wird schnell langweilig. Und ich habe es, glaube ich, hier in der Bildbeschreibung oft genug gesagt. Also, mir wird schnell langweilig und insofern habe ich keine Fotos von Fröschen oder doch ein paar, ganz, ganz wenige, die ich aber jetzt aufwendig suchen müsste. Dieses Foto von dem Frosch ist, abgesehen davon, dass er die Backen aufbläst, was die permanent machen, kein gutes Foto. Das Einzige, was gut ist, sind die Farben, finde ich. Also, das ist Lila, Flieder oder wie auch immer ihr die Farbe nennen wollt. Und das Grün, finde ich, bildende, gelungene Kombi. Aber der Frosch ist total unscharf. Markus, hast du das nicht gesehen? Also, es ist schon mal falsch fokussiert, glaube ich. Also, ich habe das Gefühl, es ist eher auf das von uns abgewandte Auge fokussiert, als auf das zu uns zeigende. Aber es ist auch total unscharf. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass der Frosch sich bewegt hat. Denn diese Blase hier, die im Vordergrund ist, sieht so aus, als wäre sie mit Bewegungsunschärfe auch noch versehen. Und gleichzeitig ist das Bild verwackelt. Machen wir uns nichts vor. Ich habe hier mal quer in die EXIF-Daten reingeguckt. Du hast das Ganze gemacht mit einer Brennweite von 135 mm Kleinbild-Äquivalent und das Ganze mit einer Vierzigstel. Das kann so gut wie nicht funktionieren. Selbst wenn du ein Stativ verwendet hättest, dann hätte der Frosch sich wahrscheinlich bewegt. Also in der Kombination, es sieht mir aber aus, als wäre es aus der Hand fotografiert, keine so richtig gute Idee. Sowieso keine gute Idee, von oben drauf auf Lebewesen rauf zu fotografieren. Das sieht immer ein bisschen dämlich aus. Wenn ihr sowas macht, versucht das auf Wasseroberflächenhöhe zu fotografieren. Dann weiß ich, sieht man nicht ganz so viele Luftblasen und so weiter. Aber ihr kriegt einfach eine schönere Perspektive als so platt von oben drauf. Das Foto wirkt sehr zweidimensional, trotz dieser unscharfen grünen Schilfdinger oder was auch immer das sind, hier im Vordergrund. Ja, ich finde es kein gutes Froschfoto, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und würde es höchstwahrscheinlich eher niemandem zeigen. Steffen Schüngel. Ja, Steffen, schönes Porträt. Ich glaube, die junge Dame haben wir irgendwie in Folge, weiß ich nicht, 48, 47 oder irgend sowas schon mal gesehen. Das Foto ist sehr, sehr schön. Das ist schön offenblendig fotografiert. Das hat sehr schönes Licht hier im Vordergrund, was glaube ich, ich vermute das, über irgendeine künstliche Lichtquelle entstanden ist. Und wir haben sehr schöne Reflexe im Bokeh des Hintergrundes. Es ist eine gute Aufteilung. Es ist auch eine ganz gute Blickrichtung. Es ist gut, dass die junge Dame so ein bisschen in die Ferne guckt und nicht genau in deine Kamera. Das finde ich sehr gut gemacht. Es gibt hier ganz offensichtlich ein Licht hier von vorne links, da wo sie auch hinguckt. Dann gibt es ganz offensichtlich noch von hinten rechts auch noch Licht. Das sehen wir ganz deutlich auf den Haaren, die hier im Vordergrund so dunkel sind, aber im Hintergrund auf ihrer linken Kopfseite, von uns aus gesehen rechts, eben angestrahlt sind und so ein Licht abbekommen. Das heißt, es sind irgendwie zwei künstliche Lichtquellen. Ob das jetzt geblitzt ist oder nicht, das werden wir mal einmal ganz kurz rausfinden. Ja, schwer zu sagen. Ich habe hier mal auf den Augenreflex geguckt. Ihr könnt mal hier alle mitgucken. Ich zoome euch da mal rein. Das sieht ja so aus, als seien es irgendwie rechteckige Softboxen, aber es sieht aus wie drei Stück. Ihr seht das hier auf ihrem rechten Auge, das oben am Rand, eine, eine in der Mitte und eine unten. Das lässt mich fast nicht glauben, dass da jemand im Studio drei Boxen aufgebaut hat. Erstens würde es für mich keinen Sinn ergeben. Es könnte sein, dass jemand die Box unterbrochen hat, also dass es ein Striplight ist, ein längliches Licht und das ist unterbrochen worden. Würde ich aber auch nicht verstehen, warum man das macht. Hat für den Bildlook, glaube ich, keinen Vorteil. Aber vielleicht ist das auch eine Fensterfassade, weil im Studio diesen Hintergrund mit den Flares zu machen, ist dann schon wieder eher ein bisschen aufwendig. Könnte auch sein, dass das irgendwo draußen ist. Und schreib es doch gerne hier unter, Steffen. Wir wollen ja nicht dumm sterben. Insofern gerne, gerne schreiben, wie das Bild entstanden ist. Das würde mich wirklich interessieren. So, im Hintergrund haben wir auch wieder Komplementärfarbe aus Orange und Blau. Das ist auch okay. Es ist ein bisschen schade, dass das Blau unten links so angeschnitten ist. Wir haben dieselbe Farbkombination aus ihrem Oberteil, dem Top und der Kette und ihrem Hautton und der Haarfärbung auch. Da spiegelt sich die Farbe wieder. Das ist eine gute Idee, finde ich. Ich finde es da ein bisschen knapp geschnitten unten und oben dafür ein bisschen weit. Also ich finde, man kann sehr gut auf dem Haaransatz schneiden. Also ein klein bisschen tiefer noch in diesem Fall. Und gleichzeitig würde ich mir unten von dem Oberkörper ein bisschen mehr wünschen. Und dann vielleicht einen Tipp für alle die, die Ausso-Porträts von eben Nicht-Models machen wollen. Ich vermute mal, das ist hier kein wirkliches Model, was du irgendwie gebucht hast, sondern jemand, mit dem du das privat oder auf TFP-Basis oder sowas geshootet hast. Sie wirkt leider ein bisschen breit hier in dem Foto. Da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Hinterher beheben. Das merken die meisten Mädels nicht. Solange ihr das ganz dezent macht. Bitte macht nicht ganz andere Personen daraus. Das ist unfair und gehört sich nicht. Aber sie könnte einfach, wenn ihr mal dieses selbe Problem habt und sagt, okay, das wirkt so ein bisschen massiv. Und auf dem Foto wirkt das meistens noch massiver, als es in Wahrheit ist. Sie könnte sich einfach ein bisschen seitlicher hinstellen. Also ihre linke Schulter mehr zur Kamera drehen, die rechte ein Stückchen weiter zurücknehmen und dann den Kopf trotzdem in die Richtung nehmen. Dann sieht das gleich viel, viel schlanker aus aufgrund der Silhouette. Und das würde ich in diesem Fall machen. Letztes Foto für heute von Timo Rehpenning. Ja, Timo. Das ist hier der Genre Lichtkunstfotografie. Die meisten, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, die werden sowas kennen und sowas schon mal gesehen haben. Die, die das noch nicht gemacht haben, Ich blende euch mal hier unten rechts unser Lab-Video für den Einstieg in die Lichtkunstfotografie ein. Dann könnt ihr da mal reingucken, wie das so ganz generell gemacht wird. Hier sehen wir ganz offensichtlich erst mal jemanden in einem Industriegang stehen. Oben sind Versorgungsleitungen unter der Decke. Dann seht ihr da das Emergency-Schild. Und derjenige, der da steht, soll höchstwahrscheinlich so ein bisschen wie angezündet wirken, ist mein Eindruck. Jetzt will ich nicht zu viele Geheimnisse verraten und den Timo seine ganzen Techniken hier preisgeben. Aber was wir ganz offensichtlich sehen, ist, dass durch das Lüftungsgitter an der Wand rechts unten mit einer gelben Lampe ein Reflex nach links oben gemacht wurde. Und dieses ganze viele kleine rote Licht, was ihr da seht, ist mit irgendeiner Stablampe oder ähnlichem jetzt wahrscheinlich gemacht worden. Und die ist auch wild um ihn herum gefürtelt worden. Das ist eine längliche Lichtquelle. Das sieht man daran, dass es vorne eben ein Ticken heller ist und hinten auch nochmal einen hellen Saum hat. Da ist die Austrittsöffnung. Auf der anderen Seite ist jetzt wahrscheinlich das Ende dieser Stablampe. Und dazwischen ist eine Lichtspur. Das seht ihr hier im Vordergrund ganz gut. So. Gleichzeitig ist von hinten blau beleuchtet worden. Ganz offensichtlich der gesamte Gang. Und auch hinter dem, der dort steht. Ich weiß nicht, ob das der Timo selber ist oder ob er die Kamera bedient hat, sodass der einen Schatten nach vorne wirft. Es ist insgesamt sehr schön gemacht. Es ist geil, dass es so dynamisch, diagonal ist und auch, dass diese Lichtspuren hier vorne links Richtung Ecke laufen, finde ich. Es hat eine sehr schöne Tiefe und eine gute Perspektive. Das kann man gut so machen. Ein bisschen schade, finde ich, dass diese Rohrleitung und das Notausgangsschild so direkt Richtung Kopf sind. Ich meine, du hast dich denjenigen da noch ein bisschen rausbewegt. Dadurch steht er auch nicht ganz mittig im Gang. Das wird ja Absicht gewesen sein, sonst würde er genau vor dem Emergency-Schild stehen. Aber wenn derjenige einfach, sagen wir mal, 40 Zentimeter nach vorne gegangen wäre, dann würde er mit seinem Kopf das gesamte Notausgangsschild bedecken und dann wäre das einfach schöner als dieses scheiß Notausgangsschild da oben. Weil wenn die Szenerie bedeuten soll, Achtung, es ist Feuer und derjenige rennt Richtung Notausgang, dann steht er falsch rum. Also das macht eben auch keinen Sinn von der Bildidee her. Und von daher würde ich mir wünschen, dass das da oben weg wäre. In der Lab-Szene ist es verpönt, nachträglich zu stempeln und großartige Bildretuschen zu machen. Insofern ist das jetzt wahrscheinlich schwer möglich, ohne gegen den Ehrenkodex der Lapper zu verstoßen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das Notausgangsschild nicht besonders günstig und die Rohre, die da oben quer zur Decke laufen und nicht längs mit in Gangrichtung auch nicht. Farben sehr schön, sehr schöne Technik insgesamt. Keine Geisterbilder, derjenige hat da sehr ruhig gestanden, sehr gut gemacht. Und vor allem, finde ich, gute Bildidee. Ja, das ging wieder flott. Fünf Fotos besprochen. Vielen Dank für die Einsendung. Wer auf welche schicken möchte, bildbesprechung at ff-fotoschule.de darüber hinaus, wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, ihr wisst es hier oder hier oder an beiden Stellen. Ich weiß es immer nicht so ganz genau. Lass mich ganz kurz überlegen, wenn ich jetzt so, so. Also hier oben sollte es sein, genau da. Dann freuen wir uns über das Drücken auf den Abo-Knopf. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch um 17 Uhr mit einem weiteren Fototutorial. Immer Mittwoch, 17 Uhr Fototutorial Mittwoch. Und wer auf die Bildbesprechung steht, schaut nächsten Samstag 14.30 Uhr zum Bildbesprechung Samstag wieder rein. Wer darüber hinaus interessiert ist, uns bei einem unserer Fotokurse und Fotoworkshops zu besuchen, auch die sind hier eingeblendet. Ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch persönlich kennenlernen würde und wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Restwochenende. Macht es gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018